Geberit baut seit 40 Jahren Dusch-WCs. Aber die meisten Menschen wissen nicht, was das genau ist. Unsere Mission? Der Welt zeigen, dass Geberit AquaClean den Po mit Wasser reinigt. Nun ist das aber so eine Sache mit nackten Hintern in der Werbung. Sie werden zensiert. Wie können wir also einen Po zeigen, der mit Wasser gereinigt wird, ohne einen Po zu zeigen? Nach intensiven Studien hat unser Team herausgefunden, dass man einen Po auch mit zwei Händen emittieren kann. Und die Hände waschen wir ja auch nach jedem Geschäft, oder? Geberit präsentiert Handbutts. Denn das AquaClean ist wie Händewaschen für den Po. Also haben wir zwölf Märkte mit blitzblanken Handbutts geflutet. Auf allen digitalen Kanälen. Die Menschen haben es geliebt. Diese Liebe haben wir in User-Generated Content umgewandelt. Indem wir mit einem How-To-Video dazu aufgefordert haben, eigene Handbutts zu kreieren. Und auch diese begeisterten von Anfang an das Netz. Die Handbutts begannen zu tanzen. Die Menschen fanden sogar heraus, dass ihre Handbutts berühmte Zwillinge haben. Nur der Facebook-Algorithmus fand einige unserer Handbutts dann doch zu sexy. Aber hey, kein Problem. Für die ganz strengen Zensoren fügten wir ein kleines Detail hinzu, das unmissverständlich klar machte, dass wir keine Post zeigen. Das hat funktioniert. Die internationale Presse hat die Handbutts gefeiert. Und wir wissen jetzt auch, was Handbutt auf Thailändisch heißt. Aber auch die harten KPIs ragen hervor. Innerhalb von wenigen Wochen hat die Kampagne Millionen von Menschen erreicht und inspiriert. Und das Beste. Jetzt wissen alle ganz genau, dass ein Dusch-WC den Po mit Wasser reinigt. Mission erfüllt. Geberit AquaClean. Das Dusch-WC. Wie sieht eigentlich dein Handbutt aus?